Willkommen zur Kritik zu Jurassic World. Die meisten Leute werden es sofort bemerkt haben. Was eigentlich blöd ist, dass Leute es sofort bemerken. Eigentlich sollten sie das erst am Ende des Videos bemerken oder wenn sie ausschalten. Und zwar, dass ihr nicht den hier geben könnt. Geht nicht. Warum? Weil ich es ausgeschalten habe. Einige Leute wissen vermutlich, zumindest die Leute, die mir auf Twitter auch folgen, der Kanal, das könnt ihr ja auch nachvollziehen anhand der eben Daumen runter und Daumen hoch der Videos. Vor allem meine Kritiken sind Teil einer nicht zu unterschätzenden Spam-Attacke geworden. Deswegen gibt es jetzt zeitweise ein Embargo von mir, weil ich auf diese Kindergartenscheiße keinen Bock habe. Kann sein, dass ich das Embargo wieder löse und dass es dann eventuell vielleicht im Herbst oder so, dass ich dann sage, okay, okay, jetzt können Leute wieder werten. Vielleicht hat derjenige, weil es ist sicherlich nur eine Einzelperson, dann aufgegeben, da jetzt jedem meiner Kritiken 30 bis 60 Daumen runter zu geben auf einmal. muss ich zeigen. Aber das soll nicht wichtig sein an der Stelle. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Es geht um Jurassic World, der Film, auf den kein Mensch gewartet hat dieses Jahr. Aber jetzt ist er trotzdem da und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das Jurassic Park Franchise weiter geschändet wird. Und ich denke, das Wichtigste ist natürlich, was denke ich über den Film? Nein, noch wichtiger, daran wird meine Meinung letztlich gemessen. Was denke ich über die alten Jurassic Park Teile? Und nicht viel, bin ich ganz ehrlich. Deswegen verzichtete ich im Gegensatz zu der Mad Max Reihe darauf, jetzt eine Retrospektive zu machen oder so. Ich kann es ganz schnell sagen. Der erste Jurassic Park ist okay. Nicht mehr und auch nicht weniger. Aber vor allem aufgrund dessen, dass er wirklich Leuten Dinosaurier näher gebracht hat und allgemein wirklich das Herz komplett am richtigen Fleck hatte. Im Gegensatz zu dem Film, das kann ich jetzt schon eigentlich gleich mal sagen, wirklich Leute gewahr werden zu lassen. Weißt du, das Thema Dinosaurier wieder aufkeimen zu lassen in den Leuten. Dass wieder Kinder Spaß dran haben, sich mit diesen Fossilien auseinanderzusetzen. Und vor allem eben aufgrund dessen, wie er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Wirklich mit Respekt, aber auch mit dem Aspekt Wissenschaft und natürlich auch mit diesem fiktiven Aspekt. Was wäre, wenn Dinosaurier wieder zum Leben erweckt werden könnten? Und was für eine Verantwortung würden wir tragen? Vor allem als jemand, der eben so einen Park den Leuten zugänglich machen möchte. Und wie gesagt, auch vor allem der Hauptcharakter, der so unbedingt wollte, dass die Leute Spaß daran haben. Und diese Faszination, das war toll. Das war wirklich toll. Leider fand ich, ansonsten war der Film nur mittelmäßig. Vor allem Jurassic World krankt jetzt auch wieder dran, dass das dann super mega ernst genommen werden will. Vor allem in den Todesszenen, die auch hier zuhauf zu finden sind in dem Film. Und das dann unterlegt ist, es ist, wie gesagt, gleiche Probleme auch hier mit Jurassic World, mit so übelst zurückgebliebener 40er Jahre Abenteuer-Fantasy-Musik. Und das passt überhaupt nicht. Passt überhaupt nicht zusammen, hat mich auch hier komplett rausgerissen. Ich meine, es gibt sicherlich Leute, die das toll finden, dass man versucht, den Jurassic Park-Soundtrack, der schon damals furchtbar war, nochmal aufleben zu lassen und nochmal nachzuahmen. Ich fand, das war die furchtbarste Idee überhaupt an diesem ganzen Film jetzt hier. Aber ich sage, deswegen, das sind so einige Punkte, natürlich auch wieder das Workaholic-Daddy-Thema, das ein bisschen abgewandelt wurde in Jurassic Park. In Jurassic Park 2 war es dann voll ein Star, da ging es dann nur noch drum, oh, Daddy, du kümmerst dich nicht mehr richtig um mich. Ja, ich bin eine Metapher für Steven Spielberg. Und das ist einfach nur schlimm. Jurassic Park 2 hatte zwar ein paar spaßige Elemente, aber wie gesagt, eben die Raptoren und das dann der T-Rex in New York, oder wo war, ich habe keine Ahnung mehr, aber halt in der Stadt dann rumläuft. Und das waren alles nette Tricks und vor allem, wie sie sich eben diesen Aufwand gemacht haben, mit Practical Effects gegenzustellen, gegen dann halt voll CGI. Und da wirklich, es war einfach gute Filmemacher. Es war trotz alledem am Ende des Tages wirklich gute Filmemacher. Und Spielberg hat es einfach drauf, auch wenn ich viele von seinen Filmen eben nicht mag. Es fühlte sich alles in allem an wie das Alien-Franchise. Weißt du, ich meine bloß das Alien-Franchise ist alles in allem, finde ich, wesentlich besser weggekommen als Jurassic Park. Aber grundsätzlich du hast diesen einen Originalfilm, der wirklich eine neue Idee bringt, wirklich Leute irgendwo herausfordert, diese Idee ernst zu nehmen. Es ist nicht wirklich klar, ob das wirklich gut ankommt, aber ein Regisseur probiert es einfach mal. Und ich habe mir gedacht, wie gesagt, okay, cool, wie gesagt, die ersten Filme im Alien-Franchise wie auch im Jurassic Park-Franchise praktisch sozusagen die besten. Und dann kommt Jurassic Park 2, der zwar schon, ich meine, Alien und Aliens sind für mich gleich gut, aber dann versucht, eine actionreichere Richtung zu gehen. Ich finde auch, Jurassic Park 2 hat das getan. Vor allem, wenn du dann das Militär mit dabei hast, was auch immer das dann eben war für eben einen Subplot und das wegen, wie gesagt, eben eine actionreichere Richtung einschlägt. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, das ist noch alles okay. Und dann kam der dritte Teil, der eigentlich nur ein Remake vom ersten Teil ist, bloß zwölfmal schlechter. Und deswegen keine Sau interessiert. Und das ist auch ein Joke, den ich gebracht habe, wo ich die kommenden Filme für diesen Monat besprochen habe. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht mehr, dass es in Jurassic Park 3 gibt. Ja, es gibt ihn. Aber kein Mensch erinnert sich mehr dran, weil das war praktisch ein outgesourcetes 90 Minuten B-Movie-Machwerk. Und kein Schwein hat es interessiert, vollkommen zu Recht. Und jetzt haben wir Alien Resurrection. Praktisch. Es hat nichts mehr mit Jurassic Park zu tun. Es ist praktisch das Franchise genommen. Ähnlich wie Godzilla letztes Jahr. Und diese ganzen Leute kamen mit diesen Ideen her und sagten, hey, wir wollen jetzt genau wie in Alien Resurrection wow, gentechnisch veränderten Dinosaurier. Obwohl das eigentlich ein totales Thema aus den 90ern ist. Und heute, vor allem finde ich, in den 2010ern überhaupt nichts mehr zu suchen hat. Aber okay, wir wollen das und wir machen das und Jurassic Park ist ein Franchise, das ist frei und da pflanzen wir das rein. Und ja, ich weiß, der Film ist produziert mit von Steven Spielberg. Das hat in der heutigen Zeit nichts mehr zu heißen. Möchte ich nur dazu gesagt haben. Erneut, das ist meine Hauptkrux mit diesem Film. Und ich gebe die Wertung. Haha, ich sage die Wertung noch nicht. Leute dürfen das so über den Verlauf hinweg sich zusammenreimen. Wie gesagt, die Musik und allgemein der Ton war ein riesiges Problem. Du hast gemerkt, dass Spannung aufgebaut werden sollte durch viele Tode und oh mein Gott, dieser Dino ist unbesiegbar und man da kreativ mit sein wollte. Praktisch schau, was diese ganzen Dinosaurier alles für Schaden anrichten und vor allem auch eben Menschen töten. Aber oh, wir müssen das jetzt so unblutig wie möglich machen, weil es ist noch PG-13 und das ist alles CGI und das ist... Ich bin normalerweise kein Vertreter dieser böse, böse CGI-Schiene, aber es fuhr einfach keinen Stil, keinen Einheitlichen, der interessant war und es hatte auch keinen Fokus darauf, diese Dinosaurier zu entdecken und das war für mich das größte Problem überhaupt an diesem Film, weswegen es eben kein wirklicher Jurassic Park Film mehr ist. Wirklich, alles ist so mega zynisch, dass es mich echt irgendwo zum Kotzen gebracht hat, weil die ganzen Angestellten des Parks sind, oh, hier haben sie ihre Karte, oh, scheiß Jurassic World, interessiert doch keinen Menschen, und du hast halt den fetten Wärter, der nur Donuts in sich reinfüßt und das sollte nicht passieren, oh, lassen sie mich kurz auf die Kameras, und klar, der Typ wird dann gefressen und du hast die bösen, bösen Wissenschaftler und ha, ja, sie, Obermacker des Films, der am Ende seinen Preis zu bezahlen hat, wie es in heutigen Storys immer der Fall ist, für den Preis, den man zahlen muss, für all die Monstren, die die Wissenschaftler schafft, ha, bloß, dass der eine Wissenschaftler, der das angezettelt hat, dann am Ende komplett ohne irgendwelche Repressionen mit einem Hubschrauber abhaut, äh, das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht hab, mh, haben sie da irgendwie 15 Minuten rausgeschnitten, oder was war das jetzt, ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich, diese, diese wirklich miese Zynik, vor allem der Betreiber des Parks, der dann praktisch herkommt mit, ja, ja, wir respektieren das schon noch irgendwo, was sie im ersten Teil gemacht haben, ähm, äh, wir wollen die Teenies ansprechen, wir wollen coole Dinos, wir wollen 15 mehr Reißzähne haben, und ich denk mir, wow, also das ist, das ist, das ist selbst zu zynisch für mich, und das soll was heißen, ähm, weil, weil ich fand das okay, was Man of Steel gemacht hat, also wie gesagt, wenn, wenn dann selbst ich da die Nase rümpft, das soll was heißen, ähm, das hatte überhaupt keine Faszination mehr, sondern es war, es war fast irgendwo so ein Fourth Wall Break, wo praktisch, nein, wir, wir wollen coole Dinos, wir wollen mehr Action, wir wollen, wir wollen, dass die Leute beeindruckt sind, wir wollen, dass die Leute Angst haben, wir wollen größere Dimensionen erschließen, und ich hab mir wirklich gedacht, ist das jetzt, ist das jetzt, tongue in cheek, oder, oder, oder weiß der Film wirklich nicht, wie dumm sich das gerade anhört, und wie sehr er sich selber eigentlich damit aufs Chor nimmt, oder halt eine Fläche bietet, angegriffen zu werden von Kritikern, das, keine Ahnung, fährt der Film die Schiene, dass irgendwie, wenn, wenn wir das Offensichtliche sagen, kann man nicht mehr dafür kritisiert werden, denn doch, du kannst es trotzdem, ähm, also ich, keine Ahnung, also das war einfach nur seltsam, wie, wie gesagt, diese ganzen Figuren aufbereitet wurden, und ich meine, wenigstens, wenigstens, Bryce Dallas Howard hatte ja wenigstens eine Ark, dass sie praktisch, okay, sie hat nur Respekt für die Tiere, und betrachtet sie nur als Attraktionen und Produkte, und dann am Ende lernt sie mit ihnen mehr zu kommunizieren, oder allgemein mit Menschen mehr zu kommunizieren, okay, das war in Ordnung, aber der gesamte Rest, und wir haben natürlich das Militär wieder mit dabei, dass dann die Dinosaurier militarisieren oder industrialisieren will, und es gibt dann diesen Subplot, wow, die stecken da in Wirklichkeit die ganze Zeit dahinter, ach so, die, von denen wir eh schon von Anfang an dachten, dass sie dahinter stehen. Ja, ähm, also alles in allem, es hat nichts mehr mit Jurassic Park zu tun, es ist ein Monster der Woche Flick, ähm, und das ist halt irgendwie gesagt dieser große Hybrid-Dino dann, der ausschaut wie jeder andere generische, nicht T-Rex-Groß-Dino, äh, also für Leute, die unbedingt sehen wollen, oh mein Gott, wie schaut das Design von dem Viecher aus, total generisch, ähm, also dafür lohnt sich der Kinogang nicht, meine Hauptkrux, die ich mit dem Film hatte, ich denke, darauf habe ich Leute am meisten vorzubereiten, das sind die kleinen Kinder, ja, nicht unsignifikanter Teil des Films, dreht sich um, wie man sich schon irgendwo, finde ich, so ein bisschen aus dem Trailer schließen konnte, eben diese zwei Jungs, und deren Eltern trennen sich, oder sind gerade dabei sich zu trennen, weil, Drama, oh mein Gott, hunderte Leute werden von Dinosauriern in blutige Einzelteile zerfetzt, aber nein, deren Eltern lassen sich trennen, mein Gott, the humanity, und, keine Ahnung, wofür das mit dabei war, äh, die Kinder sind absolut furchtbar, erstens tun sie nichts, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, äh, die Kinder tun absolut nichts, lernen nichts dazu, bekommen keine wirklichen, irgendwie Eindrücke oder so, sie sind einfach da, und müssen gerettet werden, ich, ich, klasse, das, das, das konnte ich am wenigsten fassen, dass die Kinder wirklich komplett nutzlos waren, aber was noch viel schlimmer war, war, wie scheißnervig sie waren, das ist halt, der kleine Zwerg, der mit der Scheidung nicht klarkommt, und, ähm, halt, der, 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 der weiß alles ist, und ah, schau, diese ganzen Dinosaurier-Infos, die eigentlich absolut nichts zu bedeuten haben, haben, weil die ganzen Viecher total seelenlose CGI-Kreationen sind, die überhaupt keine Persönlichkeit besitzen, und uns auch keine Magnitude für das Thema Dinosaurier näher kommen lassen, aber schau dir all die Infos an, und was noch viel schlimmer war tatsächlich, war der ältere Bruder, der, eine feste Freundin zu Hause hat, soweit ich das kapiere, nicht, dass der Film da jemals was dazu erklärt hätte, aber der eine feste Freundin daheim hat, und dann, der es so schlimm findet, dass er sie jetzt verlassen muss, und, oh Gott, ich muss jetzt mit meinem kleinen Bruder auf diesen Trip gehen, das war ja alles noch irgendwo okay, aber dann auf dem Trip nichts Besseres zu tun hat, als Dutzende andere Frauen anzuflirten, yay, ich check's nicht, ansonsten war's halt allgemein nervig, dass, wie gesagt, er halt, ich mein, das sollte so diese, diese jugendlich-teenagerige Arc sein, dass, oh, er ist so dieser totale Hipster-Snarker, der das alles total uncool findet, aber, ho, dann findet er das am Ende doch cool, und, ähm, okay, das ist eine Arc, nehm ich an, ähm, ansonsten, wie gesagt, das, das, der Film war einfach lahm, der Film war einfach total lahm, und grundsätzlich würde ich dem Film eine 4 von 10 geben, weil er eben all diese Unzulänglichkeiten hat, das ist einfach so langweilig, und, wie gesagt, vor allem, so, ich würde wirklich sagen, so die erste halbe Stunde, mindestens, ist wirklich nur damit beschäftigt, euch den Park zu zeigen, und, oh, schaut's all die coole Ideen an, aha, da könnt's ja jetzt halt in diesem Aluminium-Ball rumrollen, und, neben den Dinosauriern, die nicht wirklich da sind, und nicht wirklich was tun, und, nicht wirklich beeindruckend sind, Hollywood, kapiert's es einfach, wir als Zuschauer haben das akzeptiert, dass man per CGI alles realisieren kann, das ist nicht mehr cool, nehmt's es einfach hin, akzeptiert's es, macht's euch mehr Aufwand, oder, erneut, kreiert's dann irgendwie einen Drachendinosaurier, oder irgendwas, was total far out ist, aber das Ding, oh, es ist, intelligenter als andere Dinosaurier, jay, ich kapier's nicht, es tut mir so leid, aber ich hab da einfach kein Verständnis dafür, wie Leute sich aus solchen Ideen Spaß rausziehen können, das ist mir total, wie gesagt, ein Drachendinosaurier, der, der Feuer spucken kann, der irgendwie älter als jeder Dinosaurier ist, weißt du, irgendwie so ein scheiß Fantasy-Element, oder so, das hat den Film tatsächlich besser gemacht, find ich, ähm, aber ansonsten haben wir jetzt halt ein T-Rex-Knockoff, das nicht so cool ist, wie der eigentliche T-Rex, ich kapier's nicht, nein, wie gesagt, mein, mein, mein Punkt ist, normalerweise hätte ich dem Ding 4 von 10 gegeben, aber es rettet sich gerade noch so auf eine 5 von 10, weil das Pacing ist gut, und Chris Pratt ist gut, und Bryce Dallas Howard ist gut, und das, 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 das war's, ähm, ansonsten ist es halt nett, und ich denke, das hat der Film einfach für sich, es ist nett, einfach nochmal in den Dinosaurier-Film reinzugehen, weil wir haben nicht viele davon, weil eben Jurassic Park hauptsächlich dieses Monopol-Pferd war, mit dem T-Rex, und, ähm, das hat tatsächlich doch ein bisschen Spaß gemacht, ähm, mal wieder einen Dino-Film zu sehen, und das gibt dem Film alles in allem einen Pluspunkt, ganz knapp einen Pluspunkt, also, es ist durchaus möglich, dass der Film trotzdem in der Flop 10 endet, so auf Platz 10, ähm, aber ich gebe ihm mal 5 von 10 Punkten an der Stelle, jetzt möchte ich gegen Ende hin noch so ein bisschen was spoilern, also Leute sollten sich da jetzt die Ohren zuhalten, oder halt eben einfach ausschalten, und es lohnt sich nicht dazu, jetzt eine ganze Spoiler-Ecke zu produzieren, also 3, 2, 1, und los geht's, am Ende kämpft der Hybrid-Dino gegen den T-Rex, und hier ist das Problem des Films, das ist so typisch Executive Producer Decision, alles in allem, weil, klar ist das per se cool, die Idee, den Hybrid-Dino gegen den T-Rex kämpfen zu lassen, das Problem ist, diese Szene, wenn sie uns überhaupt nur tangiert, tut sie es, weil, oh, der T-Rex war in einem alten Film mit dabei, der T-Rex ist aber nicht in einem neuen Film mit dabei, das ist einfach, Bryce Dallas Howard ruft den einen Typ mal, und ja, öffne, öffne Gate 9, und was, Gate 9? Was ist dahinter? Oh, T-Rex. Wäre cool gewesen, wäre cool gewesen, wenn der T-Rex irgendwie vorher was Cooles gemacht hätte, oder in irgendeiner Szene vorher gewesen wäre, ja, ich weiß, ja, er ist technisch gesehen in einer mit dabei, aber die dauert vielleicht 5 Sekunden, ähm, und ist unfreiwillig komisch, wie, Bryce Dallas Howard, oder nicht Bryce Dallas, aber einer der halt, der halt Bediensteten in dem Park, dann halt eine Leuchttrakete abschießt, und dann steht da die, steht da die, ähm, Ziege und, mäh, schlechte so, Puppenreplika, mäh, und dann cutt man zur nächsten Szene. Establishing! T-Rex! Ja, endlich, jetzt bekommen wir ihn zu sehen, weil, 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 der Film hat das echt gut aufgesetzt, dass wir den überhaupt am Ende zu sehen bekommen, oder Zeug. Ähm, ansonsten halt, wie gesagt, das Ende, oh, der Hybrid-Dino wird dann gekillt von, 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 ja, dem, dem, dem Riesenfieh, das, das den, das den, äh, Sägefisch, sich glaubt, und die ganzen Zuschauer nachspritzt, weil, das ist die Dios Ex Machina dann am Ende. Oh nein, noch größerer Dino! Okay, okay, whatever. Ich muss ganz ehrlich sagen, letzten Endes, oh Gott, das hätte ich vielleicht vorher machen, egal, ich sag's jetzt noch für die Leute, die noch dran geblieben sind, ich fänd's cool, ganz kurz, wenn sie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würd da gerne eine Fortsetzung zu sehen, jetzt wo praktisch die ganzen Dinosaurier dieses, dieses, diese, diese Ruinen bewohnen. Und, und, das wär cool, ich muss sagen, das wär gar nicht mal so schlecht, sozusagen so, Ghost Town, Jurassic Park, das wär, das wär eigentlich ganz cool, um ehrlich zu sein. Ähm, aber hatten wir das nicht schon, Jurassic Park 2? Also egal, vollkommen wurscht, wie gesagt, 5 von 10 Punkten, der Film war machbar, aber nur gerade noch so. Ähm, alles in allem ist es genau das, was ich, was ich dachte, dass es wird, whatever, okay, bin fertig, 5 von 10 Punkten, passt. Bis zum nächsten Mal.